was haben wir denn ja ich habe games damage und zwei games mit gibraltar du musst halt auch ready drücken geht doch halt dein maul mann das ist ein bisschen Prozent hier hat man sich jetzt nicht 50 60 weiter welches bist du dann müsste ich zu 60 sein It's not. So. Mal gucken, ob's aim heute besser ist. Das war ja gestern schrecklich. Pogcham, gehen wir hin. Du musst Solo droppen, sonst jumpt er mit dir irgendwo hin. WTF a pfeife? WTF a pfeife? Okay, ich hab grad zwei Sights hintereinander und zwei Shotgun Bowls Level 3 hintereinander gefunden. WTF a pfeife? WTF a pfeife? WTF a pfeife? Oh. Oh, willst du die? Ja, aber sowieso aus, sie nimmt er sie. Ne, ne. Ich nehm die bevor er sie nimmt. Also komm her. Ja, sofort. Vielleicht will er auch das. Nicht für dich, mein Freund. Ich seh euch nur so durch die Wand, ihr seid beide hingeschmiert. Und dann kommt der Maul-Shit. Nicht für dich, mein Freund. Ja, das brauchst du ja dann dementsprechend. Ah, das hat er genommen. Ne, das drohe nicht. Ja, er ist halt hingegangen und ich hab's halt weggenommen. Aber ich hab ne R99, das ist perfekt. Er ist halt zu mir gekommen, ich hab's weggenommen und hat er sich hingekniet. Brauchst du ein Phoenix Kid? Ich nicht. Ne. Ich brauche diese und diese. Tja, wenn man mit zwei Waffen spielt, die einen Aufsatz brauchen, ne? Die Prowler brauche ich nicht unbedingt einen Aufsatz. Der Burst ist fein. Aber für andere Weapon brauche ich. Naja, picken wir mal ne Zweier-Armor. Ne, wir haben es mal so, ich hab ne Ding in Zukunft gefunden. Ne Doppel-Tipp. Ne was, ne Doppel-Tipp? Ach so. Ne. Ne. Ich hab's nicht verstanden. Ui, Moni. Sick. Er wird immer hier. Hier sind welche. Ja. Von links. Armour broke. Armour broke. Armour broke. 40 AP. Der hat 40 AP. Der eine. Der ist auch erpusht. Armour broke. Fünfzig, äh, vierzig AP. Hast du ihn? Nein. Oh, ich sollte ihn vielleicht halten. Okay, lass den suchen. Meine Prowler ist voll, wa? Ich brauch echt nur noch den Select-Pfeil. Der will doch bestimmt seinen Banner holen, oder? Es kommt drauf an, wo er dead ist. Ist das ein Select-Fire? Nein, aber Hammer-Points. Pog. Ich glaub, er hat ihn, oder? Ah, ne, ein Flyer. Vielleicht ist er eine Dreier am Boden, oder? Ah, ja, die landet jetzt in Uganda. Ja, ich hol mal die Kiste. Vielleicht ist er eine Dreier am Boden, das wär sick. Aber er rennt mir hinterher. Er will auch die Dreier am Boden. Aber bringt die Dreier am Boden, ihm dann. Ach ja, scheiße. Oh, wo ist das Scheißding? Ich hab gedacht, du bist das. Aber wo ist das Ding jetzt getroppt? Noch weiter weg? Kann doch nicht sein. Yo, wo ist die fucking Box? Oh, du hast ihn gefunden. Great. Oh. Das war da drin. Insane. Bist du noch beim Banner? Ja. Das sieht nicht aus, wie er zurückkommt. Das ist noch 7 Squats. Die Zone ist nicht mal zur Hälfte Collapse. Ich hör ihn. Es ist an mich. Nein, das war Watson. Äh, wo ist denn eine Zip? Oder bist du mit deinem Grapple hoch? Was für eine Zip? Ach ja, scheiße. Hey, wie bist du dann hochgeklettert? Oh, ein Jump-Pit. Sick. Über Opt-ins. Wo ist denn die Box? Ah, nicht da, wo wir gelootet haben. Ach ja, hier unten. Nein. Nein, es war Moses. Ich hab was versucht. Das geht nicht. Du hast was versucht. Was wolltest du denn machen? Ich wollte da drauf, aber das geht nicht. Hier geht nicht drauf? Na, tatsächlich. Hier auch nicht. Das sieht so dumm aus, war. Nice. Wenn... Wenn du wie so eine Spinne hochkletterst. Oh, Mr. Modus, wenn er jetzt hier doch irgendwo gammelt, muss er jetzt kommen. Du Motherfucker. Egal. Ich wollte eh nicht mehr da oben bleiben. Ja, ich glaub, der ist auch nicht mehr hier. Ich glaub, er hat aufgegeben. Also entweder hat er das Banner schon längst. Kann man das nachgucken auf der Box? Nee, ne? Fragst du jedes verfickte Mal? Echt? Jedes verfickte Mal, fragst du den Scheiß. Ja, entweder er hat das Banner schon oder er gibt keinen Fuck. Ja, oder er ist weg. Ja. Er ist weg. Das sieht so dumm aus. Was denn? Das sieht so wie so eine Spinne hochkletterst. Sit, 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 sit. Das sieht so wie so eine Spinne hochkletterst. Dann darfst du gleich ein Chip. Ja. Ist gleich da. Das landet aber... Ja, hier zwischen. Komm, ich komm. Ist der Ballonhäger? Es könnte close sein. Ich hab nur 70 Damage gemacht. Krass. Das Schiff ist halt so schlecht. Du bist schlecht. Ja, das macht auf jeden Fall, ja. Ah, nicht mal Ahnung von Tieren hat er. Oh, wo sind die Enemies? Weiß ich nicht, Macke wahrscheinlich. Ich hab immer das Gefühl, am Anfang sterben sie alle und dann ganz langsam. Und hier vorne. Ein Flyer über dir. Der hat aber keine Kiste mehr. Oh. Ein blauer. Alter, wie hoch der fliegt. Und hier vorne. Ich bin schließlich. Doch, ich versuche ihn. Das ist eine Wraith. Ich will hier unsichtbar gehen. Ja, okay. Ja, okay. Da ist was drin. Ich gucke lieber die rechts. Die er hier aus dem Ding snipen. Ich könnte einen... Ja, okay. Da, wir sind da. Ich schmeiß einen Airstrike. Wo ist der? Der hat eine Dreierammer gehabt. Ja, ich finde ich ihn. Butt, bro. Töte mich doch. Du Idiot. Die Death Protection ist aus. Oh, Mann. Kommst du weg? Nein. Ja, ich musste weg. Die Death Protection ist ausgegangen. Ja, wenn du das im Dings machst, ist das es dir anders. Ach ja, weil es schneller geht, ne? Ja. Oh, er schießt auf mich. Das heißt aber, gerade eben habe ich dich nicht schneller revivet, weil es die andere Animation war. Während du es schmeißt, geht es nicht. Es muss still bleiben. Hatte dir noch irgendwas Brauchbares? Äh, ja. Da ist eine andere. Hier hinten liegt eine andere. Oh. Hell yeah. So was? Ja. Okay, weg. Hat jemand von denen noch eine Batterie? Ich weiß nicht, ob einer eine Batterie hat. Ich gehe close. Oh, obendrauf mit einer Triple-Tick. Ja, wir sind... Ja, die müssen aber weg. Das ist gut. Oh, der hat ein Evo. Red. Oh, der hat es nicht so gut. Der hat 70 HP, Mann. Wollen wir in die Zone. So. Weil die müssen da sowieso weg. Close? Ja. Ja. Ja, on me. Ja, sie ist Stealth. Sie geht ins Portal. Ja, ich hasse es. Fucking shit. Lass mal nicht hinterher gehen. Lass mal nicht hinterher gehen. Er hat erredet. Solche Interactions müsste es geben. So als Counter zu Rafe, dass man Sachen durchschmeißen kann. Granaten und Axtas und sowas. Also, ich bleib noch am Portal. Vielleicht kommen die ja. Ja, ich bin ja auch noch da. Da. Jetzt ist der andere Struktur. Kann ich mich hier festhalten? Bitte. Hallo? Dankeschön. Der eine hat ein rotes Evo. Wir sind auf dem Ding noch. Da oben. Portal ist weg. Das sind die letzten Waffen. Oh, Leil. Der geht, glaube ich, zu Becken. Kann man sagen. Ja, kann sein. Der hat runtergesprungen. Wo ist er? Da in dem Haus. Oder beziehungsweise da auf Ping. Er hat eine Zip-Line. Er geht über die Zip-Line. Er hat uns gesehen. On me. Er ist low, low, low. Keine Ahnung mehr, keine Ahnung mehr, keine Ahnung mehr. Dude, fucking shit. Ich habe etwas zu viel gebraucht. Ja, oben in dem Job ist eine neue Dreier. Ich mache wenigstens. Scheiß drauf. Er ist close on me. Ich gebe den mir auf den Sack, Alter. Ja, ich push ihn jetzt. Dude. Ist das nur einer? Nein, hier unter mir ist einer. Ich glaube ich. Dude, ich push ihn. Vielleicht ist es ein paar von mir. Dude. Dude. Ah, endlich bist du dead. Hurensohn. Nein, ich bin nur einer. Fucking bastard. GG. First round of the day. Kein Ding. Das Game ist einfach zu einfach. Das Game ist zu einfach, weil das Game einfach einfach ist. Ja, dat. Ja, dat macht wieder Sinn. Das Game ist einfach. Das Game ist einfach. Das Game ist einfach. Vielen Dank.